Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hunt Showdown. Hallo. Mit Konkert. Hallo. Oh. Okay. Jetzt sind wir schon wieder hier. Krat aus, würde ich sagen. Wenigstens mal einen Weg. Habe ich jetzt Nahkampfer? Ja, habe ich. Ich habe jetzt keine Nahkampfer dabei, weil meine Fernkampfer für meine Nahkampfer ist. Wir müssen nach rechts, ja. Alles gut. Und links ist dann auch gleich der nächste Hinweis. Dann nimmst du mir die Charaktere mit Schnapsflasche, oder? Ja, hinten an deinem Arsch klebt eine Schnapsflasche. Ja, das ist mein Molotov vielleicht. Nee. Scheiße, das ist ja unten, oder? Ja. Ah, ja. Hier so laufe ich die Ängste. So. Nächste. Geht gleich los. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Da hinten rechts, ja. Oh nee, komm nicht. Okay, die sind schnell. Jetzt. Ach komm. Komm. Kommst du hierher? Kommst du hierher? Ja. Ja. Wenn ich hier... Wenn ich hier... Oh, ja. Oh, oh. Oh, oh. Leck mich am Arsch. Machen die Fürth Schaden. Leck mich am Arsch. Ja. Nein, 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 nein. Oh, Alter war das genau. Oh, ich bin drüben. Uff. Fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch. Ich muss mal kurz schießen, ne? Fink dir nix. Weiß so. Ja, bei uns zu schieben. Ja, weil da die Tante ist und die muss ich mit Schusswaffen töten. So. Daily Challenge completed. Warte, wir müssen da hinten hin. Wohl laufen wir in die richtige Richtung? Äh, okay, ja. Ich find's immer noch lustig, dass du vorhin wirklich einen Nahkampf versucht hast mit deinem Gewehr. Ne, ich wollte es nicht. Das war aus Versehen. Die ganze Zeit zugeschlagen. Die ganze Zeit zugeschlagen. Schlagen, schlagen. Das war aus Versehen. Weil ich immer schießen wollte, aber nicht geziel, also nicht gezielt hatte. Und dann schlägt er ja, wenn ich jetzt nur so drücke. Naja. Das ist halt so ne Sache bei Hand, ja. Dass man da zwei Tasten drücken muss, zum Schießen. Das war, keine Ahnung, so Reflex, weißt du, das ist so. Hm. Oh, oh, nice. Das kann nur bei uns sein. Jawoll. 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 Kann nur bei uns sein. Wo, wo, wo genau ist das jetzt? Direkt vor. In dem Haus, oder? Was? Okay. Hatten wir auch noch nie, oder? Sieht so klein aus. Eben. Was? 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 Das ist doch, das ist doch wahrscheinlich... Unten, unten wahrscheinlich im Keller. Ne, das ist hier, ich sehe die Spinnenweben. Doch, doch. Das ist hier. Hey lol. Du hast mich erwischt. Scheiße. Oh, sorry. Ich nehme mich schon mal die Lampe mit. Aber wo im Keller? Gibt es hier einen Keller? Ja. Wo? Links drunter. Wo? Ah ja, ich glaube ich höße. Hier. Hier. Ah, hallo. Ich finde den einen Kelleingang nicht. Hallo, hier. Ah, hallo. Haupteingang. Guter reingekommen wirst du. Jetzt kommst du mit. Du gehst hier unten rein. Hörst du die Schüsse? Ja. Die sind nah, ja. Loll, ich glaube... Ah, vielleicht da. Ah ja. Oh cool. Leben. Null! Die Sporter sind direkt vor mir. Ich wollte eigentlich gerade auf die Lampe schießen, aber irgendwie... Oh. Warte, ich mach das Tor zu. Ich mach das Tor zu. Ich mach das Tor zu und und. Ich muss nachladen, ehrlich. Warte, ich versuche mal mit meiner. Aber wir müssen aufpassen nicht, dass jetzt hinter uns reinkommen. Warte, Höllenfeuerbombe. Ach du scheiße. Ah, perfekt. Oh, jetzt bin ich vergiftet. Ja, ja, ich auch. Aber volle Sahne, volle Rotze. Loll, hier kann man voll durchgucken. Das ist gar nicht geil. Ja. Darum ducke ich mich auch gerade. Wir sollten vielleicht drunter gehen. Ja. 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 Ich seh gar nichts. Und hier so irgendwie... Nee, das ist auch scheiße. Loll, ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Ah, hier vielleicht? Nee. Nee. Ich muss ja die Spinne noch ein bisschen im Auge behalten können. Ich sag vielleicht doch genau hier bleiben, aber wenn ich halt, wenn sie eine Schroffel haben, direkt tot, ne? Und ich bin direkt auf der anderen Seite, dann schauen wir einfach mal. Ja. Wenn sie die Treppe runterkommen... Kann... Kann... Wenn sie die Treppe runterkommen, kannst du da was machen? Ja, auf die Schießen halt. Ja gut. Das ist schon mal gut. Wenn sie nicht... Wenn sie keinen Schrofflinter haben. Ja, das wär's dann echt böse. Ja, dass wir halt am nächsten zusammen auf die Treppe schießen können, wenn da jemand kommt. Ich würd jetzt gerne wissen, was mehr Schaden macht im Nahkampf. Eine Pistole oder mein... doch mein... Wenn du mit dem Gewehr relativ schnell schießen kannst, dann ist Gewehr, würde ich sagen. Nee, ich muss jedes Mal neu repartieren. Also wirklich nach hinten ziehen. Kein automatischer Repetiergewehr. Ja, dann würde ich fast sogar die Pistole nehmen. Aber du musst halt auch nicht treffen. Du musst den Gegner mit der Pistole, glaub ich, dreimal treffen. Ja, du bist ja auch noch da. Oder... oder viermal. Ja. Nee, ich hab das 15 Schuss Repetiergewehr dabei. Das ist ganz praktisch. Ich hab sechs Schuss. Mit dem Roll Voile war das? Nee, mit meinem... mit meinem Karabiner. Also mit meinem Repetiergewehr. Okay. Aber hier würde ich sowieso aus der Höhe schießen wahrscheinlich. Ja. Habe ich hier waren welche, so 100 Brot, die haben ja vorhin schießen. Ja. Wenn es uns nicht stimmen, dann warten wir uns da draußen irgendwo. Ja. Ja, entweder so oder die sagen, ja gut, dann machen wir doch das in den schlechter. Hm. Ich weiß vor allem nicht, ob wir jetzt von der rechts auch noch kommen können oder nicht, oder? Ne, wir können eigentlich nur von zwei Seiten kommen. Von der Treppe oder rechts von vor uns da. Hunde. Ich höre Hunde. Ich weiß grad nicht, ob ich mich ducken soll oder nicht. Ich bin schon geduckt. Ja, wenn man... Links... Oben habe ich quietschen gehört. Stimmen. Sprachcheck. Stimmen. Ja. Eher von links würde ich sagen. Ja, ne, ich komm vor links. Also ich geh erste zur Spinne, okay? Ja. Weil ich komm da leichter hin. Aber ich schau ein bisschen nach oben, also nicht, dass sie oben auf der Treppe stehen und da runter gucken. Ja. Okay, ganz vorsichtig. Ich höre welche laufen. Schau schnell. Ja. Ich habe es genommen. Fuck, blend. Ich auch, bin voll flischt. Ich sehe wieder aus. Okay, warte. Die kämpfen gerade gegen... Welche gehen wir noch? Einer ist tot. Loll. Ich werfe Dynamite. Ich habe den erwischt, ich habe den erwischt. Der andere ist tot. Ich habe beide gekillt, glaube ich. Sehr gut. Loll, die anderen haben uns gerade voll geholfen. Warte, ich schau ja eh. Siehst du noch welche? Ich sehe gerade keinen. Loll, wie viel Leicht? Loll. Alle vier. Die anderen haben uns gerade richtig hart geholfen. Die haben gerade eine Flash runter geworfen und dann sind die anderen reingekommen. Ja. Der muss gerade... Und die dachten, das sind die... Äh... Ist das der einzigste? Total panisch jetzt. Ich mach den nur raus irgendwie. War das der einzigste auskommen? Aber das könnte jetzt auch der Schlechteste sein, so oft wie geschossen wird. Vielleicht ist der direkt daneben oder so, das weißt der nicht. Vorsichtig. Warte, ich schau eh. Einmal nur raus. Ich will jetzt einfach nur... Ich will jetzt einmal ein Erfolgserlebnis wieder haben. Aber wie viele hast du jetzt gekillt? Zwei? Ich hab zwei gekillt, ja. Keine cool. Einfach nur gerade durch, oder? Die... die Hunde da... Loll. Ich schieße. Wie viel das sich eigentlich aushält? Ohne Witz. Oh fuck it. Komm, komm, komm. Ausgang. Komm, ich will zum Ausgang. Lauf, 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 lauf. Da sind wir hintermissen die Insekten. Ist hier nichts Orangenes bei uns? Ah, okay. Da ist das Boot. Na gut, da ist nur noch das andere Paar wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, wurscht. Scheiß drauf. Oh shit. Komm schon. 3, 2, 3, 2, 1. Ja, Mann. Wir haben es mal wieder geschafft. Na ja, Mann. Gut. Starke Runde. Starke Runde. Das war das echt überleben. Alter, jetzt haben wir aber richtig Matsch-Look gehabt. Wie fett. Weißt du, wir verstecken uns da einfach nur und dann gehen wir oben. Und wir kriegen sich. Und dann sind da plötzlich einfach vier Leichen. Vor allem wie geil. Ich glaub, die haben nicht gecheckt, dass ich da unten war. Weil ich hab dann hochgeguckt, weil da... Ich hab wieder Schritte gehört. Und dann haben die sich ja bekriegt. Ich war ja vollflasht. Und dann geh ich hoch und er schießt den einen. Und der andere stand da mit dem Rücken zu mir und dachte, die kommen von hinten. Also von der Tür. Oder der dachte, vielleicht der andere lebt doch noch oder sonst. Ich glaub, der war voll panisch. Aber wie wir uns versteckt haben. Die haben da oben... Wir waren nicht weit weg. Ja. Da waren sechs Geschwister auf einen Haufen. Holy shit. Und die haben wir überlebt. Ach, geiler Scheiß. Ja, da war es halt gut, dass wir wirklich als erstes dort waren. Und das geschafft haben mit der Spinne gleich. Das wir uns verhalten müssen... Hat mir so einen extremen Vorteil einfach. Dass wir uns da gleich noch äh... So schnell wie möglich die Spinne getötet haben. Ich hab einfach drauf geschossen. Wie so ein Bilder. Ja, zwei Jäger hab ich gekillt. Sehr gut. Ich könnte jetzt eigentlich auch mal wieder jemanden killen. Ich liebe diese Melodie. Ja. Oh, ja. Aber nur Stufe 13, ne? Hatten wir schon mal besser. Ja, waren wir schon besser. Weekly Challenge completed. Okay, wie hab ich das jetzt geschafft? Na, ja, egal. Durchmarsch-Bonus. Challenge reward, jawoll. Ambrust. Dadadadadada. Gift Handarmbrust. Ich könnte die Flüss ist eng. Du musst Enginy Katelyn auf Armbrust freigeschaltet haben. Ja toll, ich habe ein Messer bekommen als Belohnung. Danke schön. ...und noch ein Messer. Danke schön. Hä, aber ist so erst auf rank 70 verfügbar, die Armbrust. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja, darum gibts hier diese Challenges. Dann haben wir auch mal ein besseres Zeug bekommen. Ne, aber ich finde es ja, ich glaube gerade gar nicht, obwohl ich ja eigentlich eine Armbrust bekommen hätte sollen bei The Daily. Kann ich nicht Giftarmbrust? Ne, es ist eine Harbbrust, okay. Dobi-dobi. Nein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, oder? Mal beenden, wir mal die Folge, oder? Ah ja. Da war ja was. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Handfolge. Jo, bis dann. Ciao. Ciao.